Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Steinbock, heute könnte sich dir eine unerwartete Reisegelegenheit bieten, die möglicherweise mit deinem Berufsleben oder deiner Ausbildung zu tun hat. Diese Reise, die möglicherweise von einer externen Quelle finanziert wird, ist keine gewöhnliche Reise, sondern eine, die sowohl aufregend als auch unvergesslich zu werden verspricht. Heute ist ein idealer Zeitpunkt, um diese Reise anzutreten oder die notwendigen Vorbereitungen zu treffen. Ergreife die Chance auf ein Abenteuer und persönliches oder berufliches Wachstum. Die Erfahrungen und das Wissen, dass du auf dieser Reise gewinnst, könnten einen bleibenden Einfluss haben, dir eine breitere Perspektive bieten und dir möglicherweise neue Türen öffnen. Bereite dich vor, ergreife die Gelegenheit und genieße jeden Moment dieser einzigartigen Erfahrung. Wenn es um dein persönliches Wohlbefinden geht, ist es wichtig, dass du dich in Selbstmitgefühl und Verständnis übst. So wie du einem engen Freund oder einer engen Freundin Ermutigung und Freundlichkeit entgegenbringen würdest, solltest du auch dir selbst gegenüber diese Höflichkeit walten lassen. Vermeide harsche Selbstververteilungen und gib dir die Freiheit, deine Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen. Diese Selbstfürsorge ist wichtig, denn sie kommt nicht nur dir zugute, sondern versetzt dich auch in die Lage, andere zu unterstützen, wenn es nötig ist. Regelmäßige Selbstkontrollen können dir helfen, die Bedürfnisse deines Körpers zu erkennen, sei es bei der Auswahl der richtigen Lebensmittel oder bei der Anpassung deines Sportprogramms. Denke daran, dass kleine, nachhaltige Veränderungen deines Lebensstils einen größeren und dauerhafteren Einfluss auf deine Gesundheit haben können als drastische, nicht nachhaltige Veränderungen. Sei bei deinen sozialen Kontakten vorsichtig, vor allem dort, wo sich Beruf und Vergnügen überschneiden. Wenn ein Freund oder eine Freundin dich um einen beruflichen Gefallen bittet, solltest du die möglichen Konsequenzen sorgfältig abwägen. Die Vermischung von geschäftlichen und privaten Beziehungen kann manchmal zu ungewollten Komplikationen führen, und was als einfacher Gefallen beginnt, könnte die Freundschaft gefährden. Es ist wichtig, die Risiken abzuwägen und gegebenenfalls Grenzen zu setzen, um sowohl deine berufliche Integrität als auch deine persönlichen Beziehungen zu wahren. Der heutige Tag bringt auch ein Gefühl von Harmonie und Ausgeglichenheit mit sich, kann aber auch von überraschenden Veränderungen unterbrochen werden, vor allem im Liebesleben der Menschen, die dir nahestehen. Du könntest dich in der Rolle des Vertrauten wiederfinden, wenn Freunde oder Familienmitglieder dich in persönlichen Angelegenheiten um Rat fragen. Diese Rolle kann zwar emotional anstrengend sein, bietet aber auch die Chance, deine Beziehungen zu vertiefen und den Menschen, die dir wichtig sind, Unterstützung zu bieten. Es kann sich lohnen, zuzuhören und aufmerksame Ratschläge zu geben, aber vergiss nicht, dir auch Zeit für dich selbst zu nehmen, um dich zu erholen. Die heutige Himmelsassrichtung deutet auf einen Tag mit tiefgreifenden emotionalen Erfahrungen für dich hin. Ein lang ersehnter Moment der Freude und des Feierns steht bevor, der dir vielleicht Tränen der Freude in die Augen treibt. Das könnte ein herzerwärmendes Wiedersehen mit einem geliebten Menschen sein, das Erreichen eines persönlichen Ziels, auf das du seit Jahren hinarbeitest, oder ein unerwarteter Akt der Freundlichkeit, der dein Herz tief berührt. Das Universum ist dabei, dir die Schönheit der aufrichtigsten und berührendsten Momente des Lebens zu zeigen. Nimm diese Gefühle überwältigender Freude an und lass sie deinen Geist reinigen, indem sie dich an die Tiefe und den Reichtum der menschlichen Erfahrung erinnern. Schließlich ist heute ein hervorragender Tag, um Ziele zu setzen und zu planen. Der Mond in Steinbock, der im Sextil zu Saturn in Fische steht, stärkt deinen Sinn für Verantwortung und Engagement. Es ist eine gute Zeit, um deine Ziele und Pläne mit anderen zu besprechen, egal ob im privaten oder beruflichen Bereich. Die Konjunktion von Mond und Mars in Steinbock verleiht deinen Unternehmungen einen Hauch von Leidenschaft. Achte jedoch darauf, dass du diese Energie positiv und produktiv einsetzt und Ablenkungen wie Klatsch oder negative Verhaltensweisen vermeidest. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es heute darum geht, unerwartete Reisegelegenheiten wahrzunehmen, selbst mit Gefühl zu üben, geschäftliche und private Beziehungen in Einklang zu bringen, geliebte Menschen zu unterstützen und sich auf zielgerichtete Diskussionen zu konzentrieren. Das Universum unterstützt deine Abenteuerlust, dein persönliches Wohlbefinden, deine berufliche Integrität, dein einfühlsarmes Zuhören und deine strategische Planung. Nutze diesen Tag, um neue Erfahrungen zu machen, dich selbst zu nähren, soziale Interaktionen sorgfältig zu steuern, deine Mitmenschen zu unterstützen und konstruktiv für deine Zukunft zu planen. Dies ist eine Zeit für einzigartige Reisen, Selbstfürsorge, einfühlsame Interaktionen, unterstützende Gespräche und zielgerichtete Ambitionen. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Der Magier steht für Manifestation, Macht und die Fähigkeit, deine Wünsche in die Realität umzusetzen. Sie steht für eine Zeit, in der du über die Mittel und Ressourcen verfügst, um positive Veränderungen zu bewirken und deine Lebensumstände zu verändern. Der Magier zeigt dir heute, dass du die Fähigkeit hast, dein eigenes Schicksal zu beeinflussen und deine Träume zu verwirklichen. Es ist ein Tag, an dem du deine Fähigkeiten und Ressourcen nutzen kannst, um deine Absichten zu verwirklichen. Die Neun der Schwerter ist eine Karte der Ängste, Sorgen und Schlaflosennächte. Sie steht oft für mentale Ängste und übermäßiges Nachdenken. Heute zeigt die Neun der Schwerter an, dass du Stress, Ängste oder Sorgen hast, die dich nachts wach halten. Es ist wichtig, dass du dich mit diesen Sorgen auseinandersetzt und nach Wegen suchst, um deinen Seelenfrieden zu finden. Die umgekehrte 2 der Schwerter deutet auf eine Entscheidung oder eine Situation hin, in der du es vielleicht vermieden hast, eine Entscheidung zu treffen oder dich einer Sache direkt zu stellen. Es bedeutet, dass du die Augenbinder abnehmen und dich einer Entscheidung oder einem Problem stellen musst, das dich festgefahren hat. Für heute rät dir diese Karte, dich nicht länger vor einer wichtigen Entscheidung zu drücken, denn die Zeit für eine Lösung ist gekommen. In ihrer Beziehung zueinander deuten diese Karten auf einen Tag der Ermächtigung, der Auseinandersetzung mit Ängsten und der Bewältigung von Vermeidungen hin. Der Magier erinnert dich an deine angeborene Macht, dein Leben zu gestalten. Die 9 der Schwerter zeigt dir, dass du dich mit Ängsten und Sorgen auseinandersetzen musst. Die umgekehrte 2 der Schwerter signaliert, dass du eine Entscheidung treffen oder dich einer Situation stellen musst, der du bisher ausgewichen bist. Erkenne heute deine eigene Macht, positive Veränderungen zu bewirken, wie es der Magier anzeigt. Stelle dich den Ängsten und Sorgen, die die 9 der Schwerter anzeigt, indem du praktische Schritte unternimmst, um deinen Seelenfrieden zu finden. Außerdem solltest du dich einer Entscheidung oder Situation stellen, der du vielleicht aus dem Weg gegangen bist und dir die Kraft und Klarheit zu eigen machen, die du bekommst, wenn du Entscheidungen triffst und Probleme direkt ansprichst. und dann solltest du dich mit Ängsten und Schwerter ansehen, dass du dich mit Ängsten und Schwerter anziehst. Und dann solltest du dich mit Ängsten und Schwerter ansehen,